Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu SFS. Ja, neues Video ist draußen. Hier haben wir einen kleinen Mars Rover, den ich konstruiert habe. Ist nicht viel, nur eine Sonde mit zwei Rädern dran. Viel wichtiger ist das, was außenrum ist. Nämlich hier einmal oben drüber das Landemodul und hier unten drunter der Hitzeschild. Noch eine kleine interplanetare Stufe, damit wir überhaupt zum Mars hinkommen. Und ja, das Ganze machen wir mit der Atlantis 3. Ich würde sagen, wir fliegen einfach mal los. Bis zum nächsten Mal. ative friendships ges Vielen Dank. 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 So Leute, es wäre es geschafft. Wir haben hier den Rover. Wir sind auf einem ziemlichen Berg oder zumindest Berghang gelandet. Ich werde auf jeden Fall noch einen passenden Landeplatz suchen. Und ich glaube, hier in der Nähe gibt es hier in der Nähe gibt es hier so zwischen zwei Riesenbergen eingesperrt. Deshalb werde ich mich da, die wir hier in der Nähe gibt es hier in der Nähe gibt es hier in der Nähe, die wir hier in der Nähe haben. Ich hoffe, ich hoffe, ich habe ich hier in der Nähe gibt es hier in der Nähe, ich hoffe, ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ihr mehr wollt, wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like, da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.